Herzlich Willkommen bei Fritz Weickel GSMBH Dachdecker, Spengler, Fassade, Flachdach. Das Unternehmen besteht seit Mitte der 70er Jahre. Die Neuübernahme durch Fritz Weickel erfolgte im Jahr 1993. Das Unternehmen ist hauptsächlich im Raum Scherding sowie an den angrenzenden Regionen Christkirchen, Everding und Ried tätig. Das Unternehmen Fritz Weickel GmbH hat sich auf die Dachdeckerei vom Flachdach bis zum Steildach sowie auf sämtliche Spenglerarbeiten, zum Beispiel für Dachrinnen, Verblechungen, Fensterbretter außen und Hausfassaden auf dem Kranverleih spezialisiert. Fritz Weickel GmbH steht für Zielstrebigkeit, Ehrlichkeit und Geradlinigkeit. Sie können uns beim Wort nehmen.